Herzlich Willkommen zu einem neuen Video Leute, ich weiß lange keine Videos, ich wusste ehrlich gesagt nicht was ich drehen soll und wir sind gerade hier am Ränder des Waldes, da hier ist der Platz hier überall, wo ich meine Bäume angepflanzt habe hier kann man, äh Moment, hier kann man auch einen sehen glaube ich, ich weiß nicht ob, ich glaube man sieht die eigentlich nicht gut und das Gras ist auch echt groß, also das Gras ist schon über die Bäume gewachsen und da habe ich jemanden geholt, dass der mit dem Traktor zwischen die Bäume das Gras wegmäht und ja das Gras wird jetzt gemäht, damit die Bäume besser wachsen können und auf jeden Fall, ja, ich zeige euch das dann vielleicht später oder das ist auf jeden Fall das Video, hier ist mein Waldstück, also auf jeden Fall von hier bis da, bis da und dann bis hier und dann bis hier so, so einen halben Hektar Wald das wird alles Wald sein Leute und hier hier haben wir auch schon einen Baum, hier sieht man ihn und da haben wir auch schon einen Baum und da auch und auch und so ein Reingepfans hier eine Reihe und dann so die ganze Zeit so rein, ja und ich geh jetzt mich weil ich, ich geh jetzt mich hier im Schatten verrecken verrecken, hä, was glaube ich verstecken weil es ist sowas von heiß und ja, ich warte auf jeden Fall bis diese Person, mein Ding, ähm mein Rasen, mein Rasen, was glaube ich das ganze Gras wegmäht hat, damit die Bäume auch besser wachsen können und es ist einfach so heiß wie gesagt und ja, auf jeden Fall war es das mit dem Video ich hoffe es hat euch gefallen, dass ich euch meinen Wald gezeigt habe, dass ich wirklich was gemacht habe und ja, wenn es euch gefallen hat, dann vergisst nicht einen Daumen nach oben zu geben und ja, danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal und tschüss bis zum nächsten Mal